Musik Der italienische Kollege hier, der geht richtig aus sich raus. Warum? Ganz einfach. Hier steht der Maserati Alfieri. Maserati hat sich hier ein kleines Denkmal gesetzt zum 100-jährigen Firmenbestehen. Der Name Alfieri, eine Hommage an den Gründerbruder, an einen von beiden. Und was sie hier auf die Beine gestellt haben, ist doch wirklich ein wunderschönes Auto. Und der Haube, ein 4,7 Liter V8 mit 460 PS. Leider noch ein Concept-Car, aber ich wünsche mir wirklich, dass dieses Auto so auf die Straße kommt. Diese Kurven, diese lange Haube, wunderschön. Und kein Wunder, dass der Italiener hier richtig abgeht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.